So. Mit echten Jeans. Der Audi A4. Kaum zu glauben, ja? Wirklich ganz echt. Mit Kunstrasen. Ein absolutes Unikat. Komplette Handarbeit, Leute. Die Idee muss man erstmal haben. Wow. Wie viele Jeans insgesamt? 37. 37 Jeans kleben da drauf. Wie viele Liter Kleber? 10,5 Kilo. 10,5 Kilo Kleber. Der Wahnsinn, Leute. Solltet ihr auch machen. Danke fürs Schauen, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Tschüss. 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 Tschüss.